Herzlich Willkommen zum Talkcast, Ausgabe Nr. 209. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallo zusammen. Ja, nicht wundern, wir hatten vorletzte Woche keinen Podcast herausgebracht. Das lag einfach daran, ich bin selber noch gesundheitlich sehr angeschlagen gewesen und musste noch für meine finale Prüfung lernen, die ich bestanden habe. Juhu. Juhu, ja endlich. Und letzte Woche sind deshalb dann nochmal die Retro-Gruppe am Start gewesen mit ihren Retro-Tipps für die Weihnachtszeit. Genau, die sind quasi eingesprungen für uns. Genau, ja. Und wir haben es, aber eigentlich kann der Zeitpunkt nicht passender sein, denn diese Woche kam ja der DLC heraus zu den neuen Mario Kart-Strecken, gell Felix? Genau, es ist die dritte Welle herausgekommen und natürlich haben wir beide auch schon die acht, neun Strecken gespielt. Genau, aber bevor wir jetzt darüber reden, ähm, ich weiß jetzt auch nicht nochmal ganz genau, ob wir nochmal auf Kommentare vom letzten Towercast eingehen sollten. Doch, doch, also einen Kommentar möchte ich auf jeden Fall kurz ansprechen. Dann mach das gerne doch, ja. Ja, ähm, einen sehr guten Kommentar. Ja, und zwar nur zur Erinnerung, im Towercast 206 haben wir ja darüber geredet, wie oft sich die Nintendo Switch verkauft hat, wie die Spiele sich verkaufen und so weiter und wie die Prognosen sind für die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre. Also, nochmal zum Bestandsaufnahme, Nintendo Switch steht aktuell bei 114 Millionen verkauften Einheiten, was ein riesiger Erfolg ist. Es ist auch in Aussicht, dass bis auf den Nintendo DS eigentlich alle anderen Nintendo-Konsolen überholt werden, über kurz oder lang. Und, ähm, der Falagro, der hat allerdings zu einem Kommentar, den wir abgegeben haben über Nintendo Switch Sports, noch, ähm, etwas sehr Gutes beigetragen. Und zwar meint er, dass, wenn man sich die Verkaufszahlen, äh, von dem Spiel anschaut, dann ist es nicht so, dass da jetzt in den ersten ein, zwei Monaten total viel verkauft wurde und, ähm, dann sind die Verkaufszahlen stark eingebrochen, sondern, das ist ähnlich wie jetzt ein Mario Kart, so ein Dauerseller. Also, er, er meint, ähm, pro Quartal, also im letzten Quartal ist es zum Beispiel 1,31 Millionen Mal abgesetzt worden. Was bedeutet, dass, wenn diese, ähm, diese, ähm, diese, ähm, Verkaufszahlen so grob beibehalten werden können, dann wären wir innerhalb von einem Jahr von heute auch bei 10 Millionen verkauften Einheiten. Vielleicht hilft ja auch schon Weihnachten, was jetzt kommt schon nochmal, gibt es nochmal ein bisschen in den Schub. Und wir haben ja darüber geredet, dass Nintendo Switch Sports wahrscheinlich nicht der große Erfolg ist, den sich Nintendo erhofft hat, aber er, er ist halt der Meinung, das ist so ein typischer Dauerseller, den sich Leute halt kaufen, wenn sie sich jetzt eine neue Switch kaufen und dann holen sie sich das noch direkt mit dazu, so ähnlich wie es halt bei Mario Kart auch der Fall ist. Und deswegen geht er davon aus, dass das Spiel auch, ähm, auf Sicht eine sehr gute Verkaufszahlen erreichen wird und er spricht auch da, äh, davon, dass 10 Millionen verkaufte Einheiten jetzt zum Beispiel in einem Jahr von heute sehr realistisch sind. Mhm. Genau, sehr guter Kommentar von Verlagro. Vielen Dank dafür. Okay, ja, danke dir, Verlagro. Ähm, und bevor wir doch jetzt mit unserem Hauptthema beginnen, ähm, gab mir immer wieder mal den Wunsch, dass wir ja mal über so private Sachen, beziehungsweise über Sachen reden, über die wir aktuell zocken. Wobei, Felix, ich kann mir denken, du zockst ja gerade aktuell Mario Kart 8 Deluxe, oder? Das ist korrekt, ja. Ich bin wieder im Mario Kart Fieber. Okay, ja. Und das passiert ja bestimmt alles, so alle quartalmäßig mal, ne, wenn die Lissi kommt, bestimmt bei dir. Ja, dreimal im Jahr halt. Das hält dann so einen Monat an und dann ist es wieder gut. Dann ist das all erfüllt. Aber Mario Rapids, willst du dann auch bald beginnen, oder? Genau, also meine Hoffnung ist ja, dass ich, äh, wenn ich an Weihnachten meine Familie besuche, dass dann mein Bruder, weil der hat sich's halt schon gekauft, dass der das Spiel mitbringt und ich kann's dann als nächstes spielen. Dass es quasi so die Runde macht. Okay. Ja, ich spiele momentan, ähm, mit meiner Frau, Dark Anthology, Devil in Me. Das ist so ein, ähm, Entscheidungsspiel und von diesem Dark Anthology-Reihe gab's halt schon mehrere Teile, das ist eher so Horror-Geschichten, sag ich jetzt mal, und da ist man eine Gruppe und du musst halt, das ist wie Until Dawn, du musst halt, was von denselben Entwicklern quasi ist, du musst halt gucken, dass am Ende alle überleben, am Ende der Geschichte. Und natürlich kann's auch mal passieren, dass am Ende keiner überlebt, dann hast du halt das schlechte Ende, ne, oder es überleben halt nur zwei oder drei von fünf Leuten, ne, und das, ähm, ist halt, ja. Ich find, so was macht immer Spaß, weil so ein Spiel geht halt auch nicht lange, klar, sechs Stunden, ähm, klingt halt wie so ein längerer, ähm, ja, Filmeabend, denn das jetzt mal, mit einer Gruppe, weil man kann's ja mit mehreren spielen und das spiel ich grad so ein bisschen gestückelt mit meiner Frau jeden Abend, ja, das macht grad ziemlich Bock. Ansonsten hab ich auch mit Assassin's Creed Origins mal begonnen, gibt's ja aktuell im Xbox Game Pass, find ich ziemlich geil, ähm, ich hab bis jetzt noch die Möglichkeit noch gar nicht gehabt, Origins, Odyssey und, ähm, Valhalla zu spielen, deswegen, äh, find ich das cool, ähm, die Titelkarte nachzuholen, weil ich damals riesengroßer Assassin's Creed-Fan war, ähm, für beide. Ja, klar, ja, und die Teile wurden aber leider dann auch so ein bisschen schlechter, bisschen was man hat sich damals sattgesehen. Genau, das war einfach repetitiv, ne, also wir waren ja beide, du hast mich ja damals auch angesteckt mit Assassin's Creed 2, äh, das war ja richtig gut und dann haben wir Brotherhood gespielt und dann kamen ja Revelations raus, das haben wir alles gespielt, aber dann so gefühlt, der dritte Teil, der war dann schon so sehr, sehr zäh, fand ich, also da kamen ja ein wenig Neues, obwohl man ja diese, diese Naturabschnitte zwischendrin hatte, die ja schon neu waren für Assassin's Creed in der Sicht, dass man auf Bäume klettern konnte und solche Geschichten, aber da hat's dann bei mir angefangen, dass ich mich so von der Serie ein bisschen entfernt hab, ich hab zwar noch den vierten Teil, Black Flag, Black Flag gespielt, da, ich weiß, er ist sehr beliebt, allerdings fand ich dieses, äh, mit dem Boot oder mit dem Schiff rumfahren dann doch nicht so spannend, wie ich's mir erhofft hatte, deswegen hat mich der Teil auch nicht so gehuckt, dass ich ihn jetzt durchgespielt hätte und danach hab ich eigentlich nicht mehr die Serie eingegriffen. Bei mir war's schon so, dass ich Unity und Syndicate gespielt habe danach, also ich hab schon eigentlich jeden Teil so gut wie durchgespielt, aber bei mir fing's dann an mit Origins, obwohl das ein Reboot war, dass mein Interesse verloren ging, ähm, meine Frau hat Sammelsson gespielt, ich hab ihr mal zugeguckt ein bisschen, aber, ah, diese Open World hat mich dann ein bisschen abgeschreckt, jetzt wo ich selber spiele, denk ich mir so, ja, okay, es geht, also allein von der Masse, weil ich dachte immer, boah, so typisch Ubisoft, hauptsache viel Masse und kaum Qualität, ähm, hab aber doch mittlerweile noch meinen Spaß damit gefunden, genau, und nächstes Jahr kommt ja noch mal ein neues Assassin's Creed heraus, was ja quasi so ein bisschen wie Teil 1 sein sollte, also noch mal so von der Geschichte, nennen wir's jetzt mal, vielleicht nicht hundertprozentig, aber vielleicht ein bisschen, ne? So back to the roots auf jeden Fall. Ja, bin mal gespannt, wie das wird, ja, oh, und was spiel ich noch? Ähm, ja, Mario Kart hab ich jetzt auch mal. Spielst du allerdings jetzt nur Origins, ne? Also du spielst nicht so alles durcheinander. Ne, ne, also SSG Origins, ähm, dann das mit meiner Frau, also die SSG-Teile spiel ich nicht durcheinander, nein. Mhm, okay. Das wär extrem, weil die Welt allein in Origins ist ja riesengroß. Ja, genau. Ja, ansonsten auf meiner Switch, äh, grad Mario Kart, ähm, ich musste bei NDR 3 noch durchspielen, ähm, und danach hab ich eigentlich schon auch noch mal Bock, mal Rapids anzufangen. Ja, und jetzt, wo ich grad viel mehr Zeit habe, da nutze ich halt die Zeit, um die Spiele nachzuholen, genau. Und um deine Krankheiten, die du jetzt nicht bekommen hast, über die Jahre hinweg, alle in einem Monat quasi nachzuholen. Genau, ja, das sowieso. Genau, deswegen würde ich sagen, wir beginnen jetzt mit dem Hauptthema, ähm, und zwar gab's, kam jetzt diese Woche die dritte Welle, zu Mario Kart 8 Deluxe von den DLCs heraus, ähm, ich fand's ein bisschen überraschend, muss ich sagen, weil, ich dachte, die dritte Welle kommt vielleicht im Januar heraus. Ach, die war doch schon angekündigt, die dritte Welle. Ja, ich weiß, okay, egal, du weißt, egal, egal, vergiss es. Nee, ich hab jetzt halt gedacht, ich wollte es einfach draußen auf, dass ich jetzt nicht dachte, dass sie jetzt schon im Dezember kommen, sondern halt im Januar, ja. Du hattest es vergessen, das hat dich jetzt kalt erwischt. Ja, schon auch so ein bisschen, ja, hast du recht, genau. Nee, also, ähm, genau, und jetzt, sind halt acht neue Strecken verfügbar, einmal der Felscup, und einmal der Mondcup. Mhm. Und, Felix, ich kann jetzt schon sagen, wir können jetzt schon sagen, ich glaube nicht, dass ein, ähm, Regenbogen-Boulevard-Cup kommen wird, weil eine Regenbogen-Boulevard-Strecke jetzt halt rauskam, aber wir fangen jetzt mal von vorne an. Äh, Felix, du sagst deine Meinung, ich versuche ein bisschen so, die Reihenfolge hier reinzubringen, und zwar beim Felscup, die London-Tour von Mario Kart Tour. Ja, das ist für mich tatsächlich, fangen wir direkt mit der schlechtesten Strecke im ganzen DLC an. Also, ich muss generell sagen, ich, ähm, wir haben ja jetzt in jedem DLC bisher zwei Stadtstrecken gehabt, und, ich finde die mittlerweile ziemlich austauschbar. Klar, man hat immer die verschiedenen Sehenswürdigkeiten, in dem Fall jetzt von London, mit dem Big Ben-Turm und so weiter, und es sieht ja auch alles immer ganz schick aus, aber sie fahren sich alle extrem gleich. Man hat immer diese richtig breiten Straßen, dann meistens irgendwelche 90-Grad-Kurven, es fehlt irgendwie an, an richtigen spielerischen Highlights, ähm, abgesehen von dem Optischen, was einem halt da in Form von Sehenswürdigkeiten entgegenfliegt. Aber ich, für mich sind diese Stadtstrecken, obwohl die ja eigentlich dieses coole Design haben, dass man jede Runde irgendwie ein bisschen eine andere Strecke fährt, sind die mittlerweile wirklich so ein, boah, nicht schon wieder eine Stadtstrecke-Ding. Also, ich finde tatsächlich die, ähm, die Berlin-Tour, die finde ich noch ein bisschen besser, aber wir sind jetzt gerade noch bei London, und da muss ich sagen, da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Das war für mich ein richtiger Downer, als es losging, aber tatsächlich geht die Qualität danach dann schnell nach oben. Und das ist, ich glaube, das, ähm, die Erfahrung hat man schon durchgemacht, wenn man Kartour gespielt hat, so wie ich, weil damals hat man auch mit New York angefangen, da kam mal Tokio, und dann kam immer mal Paris und Sydney, etc. und irgendwann dachte man sich so, ja, die Strecken sind anders, die Sehnswitchkannen sind anders, aber es ist vielleicht auch immer wieder dasselbe Prinzip, ja, und da erfinden sich natürlich die Strecken nicht neu. Ich denke mal, man nimmt die einfach mit rein erst, um Lückenfüller zu haben, und natürlich, um vielleicht bei jedem Cup, ähm, eine Startstrecke zu haben. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel es bei Marca Tour gibt, ob sie das wirklich füllen können, äh, das weiß ich jetzt leider nicht, aber, ähm, ja. Nee, aber die London-Tour, also, ich habe jetzt gestern mal, ganz zum ersten Mal die acht Strecken mal gespielt, die ist mir auf jeden Fall nicht in Erinnerung geblieben, muss ich zugeben, und das zeigt mir doch schon, wie schlecht die Strecke ist. Ja, also die ist wirklich relativ belanglos, vor allem auch spielerisch. Optisch hat man halt wieder, wie gesagt, diese Sehenswürdigkeiten, und das ist ja auch ganz cool, vor allem, wenn man halt schon mal in London war und das dann ein bisschen wiedererkennen kann. Berlin ist natürlich noch krasser, ich denke, die meisten, die jetzt hier zuhören, waren bestimmt schon mal irgendwann in Berlin, da kommt man doch irgendwie mal hin, aber, ähm, es ist halt irgendwie doch spielerisch sehr fad immer. Hm. Gut. Dann machen wir mit einer Gamble-Advance-Strecke weiter, und zwar dem Boo-Tal. Hm. Zu Englisch Boo-Lake, und ich finde, das ist ein richtig, richtig gutes Remake. Man, man hat ja irgendwie, ähm, die verschiedenen Herangehensweisen, also manche Mario Kart-Teile bekommen mehr Aufmerksamkeit und manche weniger. Ich habe so das Gefühl, die Mario Kart 7-Strecken zum Beispiel, die sind mehr oder weniger fast gleich übernommen worden und auch optisch sehen die dann fast so aus, wie sie auf, ähm, auf der Nintendo Wii oder auf dem 3DS dann auch aussahen. Aber ich finde, bei den Game Boy Advance-Strecken, da geben sie sich richtig, richtig Mühe. Das war ja auch schon bei dieser Eis-Strecke im letzten DLC der Fall. Das stimmt, ja. Und hier ist es halt auch so, man hat sogar eine Unterwasser-Passage noch mit eingebaut, wo dann auch so eine kleine Abkürzung versteckt ist. Und ja, also mir gefällt die richtig gut. Sie ist jetzt spielerisch zwar auch eher eine einfachere Strecke, aber sie macht Bock und sie hat auch irgendwie so viele Berge und Täler. Also man fährt mal bergauf, bergab und so und muss dann auch mal in der Luft so eine 180-Grad-Kurve und sowas fahren. Also es ist schon spielerisch sehr anspruchsvoll und hat mir echt gut gefallen. Ja, also ich muss sagen, also als vorab, bevor ich zum Strecken-Design komme, die Grafik und die Außenwirkung der Strecke sieht ziemlich gut aus. Allein das Wasser, also da sieht man schon, das hat die typische Mario Kart 8 Deluxe-Qualität. Also viele meckern ja, okay, Nintendo macht sich das mit den Strecken einfach und viele übernehmen diese Meinung, weil sie es auf YouTube sehen oder auf Twitter lesen. Ganz ehrlich, Leute, ich will mal auch versuchen, dass man auch aus Überzeugung mal sagen kann, so schlecht sieht das gar nicht aus, ja, und ich finde, die Bohu-Talstrecke sieht überhaupt nicht schlecht aus, sondern sieht sogar richtig, richtig gut aus, meiner Meinung nach, ja, und vom Strecken-Design. Gut, es gibt aber auch, also erinnere dich an die Toads-Piste vom ersten DLC, wie schlecht die aussah. Ja, das ist was anderes. Eine grüne Fläche als Grastextur, das war schon eine ziemliche Frechheit. Aber sie lernen ja auch dazu, Gott sei Dank. Ja, aber die Bohu-Talstrecke ist komplett anders designend, also das kann es ja nicht mehr ineinander vergleichen, weißt du. Ja. Aber vom Strecken-Design muss ich sagen mal, ich strecke nicht so, es liegt einfach daran, vielleicht bin ich einfach auch zu blöd, vielleicht bin ich auch zu schlecht, aber ich kann die Kurven nie wahrnehmen, keine Ahnung, ich lande damals immer in der Wand, keine Ahnung. Ich muss wahrscheinlich mehr üben. Gut, das ist aber ein Prozess, du musst es einfach ein bisschen auswendig lernen, dann geht das schon. Ja, aber ich finde auch ein bisschen, ich habe gestern auch ziemlich, ich muss auch sagen, ich war ziemlich übermüdet auch, Switch Handheld gespielt und ich habe jedes, mal raten müssen, oh Gott, geht es jetzt nach links oder geht es nach rechts? Also ja, ich muss vielleicht ein bisschen lernen, aber mich hat es ein bisschen im Augenblick ein bisschen genervt und ich dachte so, boah, so eine blöde Strecke, ist das denn bitteschön? Ja, ich habe es natürlich jetzt nur auf dem Fernseher gespielt und da habe ich ein bisschen mehr, kann ich ein bisschen mehr sehen. ich glaube auf einem kleinen Bildschirm, ob es da anders wirkt, aber ich fand es auf dem Großen eigentlich relativ einsichtig, wo man hinfahren muss. Das Einzige, wo ich tatsächlich aber die ersten paar Male immer dran vorbeigefahren bin und es nie richtig wahrgenommen habe, ist die Abkürzung. Hast du die gesehen? Ich habe, glaube ich, eine wahrgenommen, aber ich habe die nicht genutzt. Die ist auf jeden Fall so versteckt, dass ich sie am Anfang nicht wahrgenommen habe, auf jeden Fall. Okay, alles klar. Ja, machen wir weiter. Gebirgsfahrt vom Mario Kart 7. Ich kann mich auch noch sehr gut an die Strecke erinnern und ich hatte gestern leicht nostalgische Gefühle, als ich die Strecke gefahren bin. Total. Das war eine meiner Lieblingsstrecken in Mario Kart 7 tatsächlich, weil die hatte halt so diese, das war so die erste Strecke, wo man richtig intensive Gleitpassagen hatte, weil die ist ja quasi darauf ausgelegt, man fährt diesen Berg hoch und dann springt man ins Tal rein und gleitet da mit seinem, mit seinem Gleiter dann über den Wald drüber und hat dann da verschiedene Sequenzen, wo man dann nochmal sein Gleiten weiterführen kann oder man bricht es schon eher ab und hat im besten Falle drei Pilze und kann dann über die Wiese abkürzen oder solche Geschichten. Also für mich ist die Strecke, spielerisch richtig, richtig gut. Optisch ist es aber dann auch schon wieder dieser Fall, wo man sich überlegt, ah, könnten da die Texturen von den Felsen an der Seite nicht ein bisschen mehr Detailverliebtheit aufweisen? Das ist dann so der Punkt, wo ich sage, okay, das ist jetzt halt diese Mario Kart DLC Qualität, an die wir uns wohl oder übel gewöhnen müssen. Also optisch hätte es ja auf jeden Fall schöner aussehen können, spielerisch gehört sie für mich aber zu den besten Strecken im ganzen DLC. Ich mag die sehr. Und ich mag auch diese Passagen, wenn du fliegst, kannst du ja ab und zu mal über solche grünen Röhren drüber fliegen, die dann so Luft in die Höhe pusten, dass du nochmal ein bisschen mehr Airtime bekommst. Also es ist sehr cool, ich mag das. Ja, also ich, auch einer meiner Lieblingsstrecken, da und zwar Mario Kart 7, auf jeden Fall. Grafik, wie du schon gesagt hast, ja, also man hat nur das Gefühl, die Mario Kart 7 Strecken werden irgendwie fast übernommen. Haben wahrscheinlich denselben Streckeneditor, das sei denn, keine Ahnung. Hat aber auch so ein paar Gravity-Elemente, die es in Mario Kart 7, glaube ich, nicht so gab. Gerade wenn man den Berg hochgeht, da gibt es ja diese Stützpfeiler, nennen wir es jetzt mal, wo dann die Räder dann quasi eingefahren werden. Das ist auch so ein Mario Kart. Da waren ja vorher nur so Boost-Pads und da haben sie jetzt mittlerweile diese Drehteile noch eingefügt, die auch einen kleinen Mini-Turbo geben, aber es sind halt so Antigravitations-Passagen. Ja, also ich denke mal, man wollte einfach ein paar Mario Kart 8 Features noch irgendwie einsetzen. Ja, mit Sicherheit. Ob du jetzt in diese Dinger reinfährst oder über einen Boost-Pad, ist es eigentlich mehr oder weniger egal. Ja, das stimmt. Genau, dann reden wir mal über eine Strecke, die viele Leute erwartet haben und zwar über den Blätterwald. Hat damals herausgekommen für Mario Kart Wii endlich verfügbar für Mario Kart 8 Deluxe. Heißgeliebt. Also ich glaube, der Blätterwald und Koopa Cape oder Koopa Cup, das sind so die beliebtesten Strecken in Mario Kart Wii gewesen. Oder? Ja, schon. Kann man so sagen. Also mein persönliches Highlight in Mario Kart Wii war ja immer die Donkey Kong-Schikane. Ich hoffe, die kommt auch noch irgendwann zurück. Die hätte jetzt theoretisch auch ganz gut gepasst, aber ich glaube, den Platz hat eine spätere Strecke eingenommen mit dem Winter-Theme. Der Blätterwald ist spielerisch sehr cool, wenn man halt irgendwie durch diese, also man fährt ja eigentlich nur in einem großen Baum rum und der Baum ist dann so, also man fährt über die Äste drüber und die sind dann so verwinkelt und man kommt dann immer wieder auf größere Plattformen drauf, wo dann auch Wickler rumlaufen und so. Und die macht schon großen Spaß. Man hat auch immer diese kleinen Laubhaufen, wo man drüberfahren kann oder durchfahren kann und dann ist da entweder gar nichts drin oder es ist ein gutes oder ein schlechtes Item drin. Meistens wird man ja mit einem Pilz belohnt, wenn man durchfährt. Ja, also ich mag das sehr. Ist jetzt für mich nicht diese 10 von 10 Strecke, wie es für andere ist, aber das ist auf jeden Fall eine Strecke, die den DLC mehr aufwertet, als dass es sie abwertet. Ja, also ich muss sagen, ich fand die Strecke für Markkart Wii irgendwie besser als für Markkart 8 Deluxe. Ich kann nicht sagen, warum, aber irgendwie fehlt mir was. Ich weiß nicht warum. Ich kann es auch nicht erklären. Aber irgendwie ist es auch dieses Feeling. Ja, also Markkart 8, Markkart Wii hat ja irgendwie ein komplett anderes Gameplay als Markkart 8 Deluxe. Und vielleicht liegt es auch daran. Aber irgendwie wurde ich mit der Strecke jetzt für Markkart 8 nichts nicht so wahr, muss ich sagen. Okay, interessant. Also allein auch von Grafisch, muss ich sagen, war jetzt auch jetzt nicht so die hübscheste Strecke. Also ich fand jetzt auch nicht, dass es auch nicht so die Strecke ist, wo man sich jetzt komplett Mühe gegeben hat wie bei anderen Strecken. Also ich will nicht sagen, man hat es jetzt komplett von Markkart 8 übernommen, aber wenn man halt den oberen Teil des Baumes sich anguckt, dann hat man schon das Gefühl, oh, okay, ja, wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen. Absolut, absolut. Aber es ist wahrscheinlich einfach, ja. Das Highlight ist, also wenn wir über sowas reden, das Highlight ist doch die Musik, oder? Diese überarbeitete Musik in dem Teil. Also die Strecke, die von der Musik her gefällt die mir mit am besten. Ja, auf jeden Fall. Die ist schon sehr cool. Also die war ja schon auf der Wii cool und jetzt haben sie es halt eben doch nochmal orchestralisch eingespielt und das ist einfach, es macht Spaß zuzuhören. Ja, bin ich, bin ich an der Meinung. Ja, aber optisch bin ich wirklich bei dir, also das, wie vorhin schon erwähnt, diese Wii und Mario Kart 7 Strecken, die bekommen irgendwie deutlich weniger Aufmerksamkeit, was das Optische betrifft, wie andere Strecken, was irgendwie komisch ist, weil sie sollten ja eigentlich alle gleich behandelt werden, aber ich glaube halt auch ähnlich wie du, dass die da mehr oder weniger eine gute automatisierte Möglichkeit haben, die Strecken von der einen Konsol auf die andere zu übertragen und ja, dass sie da eben die Entwicklungszeit sparen und das dann eben in die anderen Strecken reinpuffern, wo sie von Grund auf eh mehr Arbeit haben, weil sie es halt nicht so leicht übernehmen können. Ja. Dann kommen wir mal zum Felscup, zum Mondcup. Malmeinab sogar vielleicht der beste Cup bis jetzt. Ja. Maybe. Ja, ja, ja. Fangen wir mit der Erststrecke an. Pflaster von Berlin. Also sorry, wo muss man das Pflaster von Berlin nennen, ne, im Deutschen. Bei mir heißt es, ich glaube im Englischen heißt es Berlin Bypass oder sowas. Moment, ich kann mal gucken. Ja, Berlin Byways, Byways heißt es. Byways, genau. Das sehe ich auch gerade hier auf YouTube, ja. Genau. Das ist, finde ich, die bessere von den beiden Stadtstrecken. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Sogar die beste. Ich habe ja in Berlin ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr gewohnt und da fallen mir die Sehenswürdigkeiten noch mehr auf, weil da kommt einem halt so gefühlt alles bekannt vor. Ob es daran liegt, dass ich die Strecke besser finde oder ob sie auch spielerisch ein bisschen besser ist, weil es gibt ja da auch wieder diese Passagen, die man auch von Sydney kennt, wo die eine Seite ein bisschen erhöht ist, die andere ein bisschen niedriger. Man kann auch immer mal wieder schön durch so Wiesen abkürzen, dann gibt es den Verkehr, der immer mitspielt, der ist bei London gefühlt auch ein bisschen weniger gewesen. Insgesamt fand ich die Strecke auch ein bisschen anspruchsvoller, aber es ist halt trotzdem noch eine Stadtstrecke und damit für mich einfach zu austauschbar für ein Mario Kart Spiel. Also ich fand die Berlin-Strecke eines der schöneren Stadtstrecken von allen Stadtstrecken. Ja, ich finde nur Sydney besser. Sydney hat mir bisher am besten gefallen. Okay, ich muss sagen, ich finde Tokio auch nicht schlecht, aber das ist wieder das Ding, weißt du, wenn du irgendwo mal warst, ich war ja mal in Tokio mal eineinhalb Wochen, da erkennst du schon viele Sachen wieder und denkst so, oh wie cool haben sie das eingebaut und so und Berlin denke ich mir dasselbe, ich war ja auch mal in Berlin gewesen, schon lange her, aber ich finde die Strecke gibt eigentlich sehr gut die Sachen wieder, die man dort wirklich auch sieht, ja. Also nicht nur die 0815 Sachen wie das Brandenburger Tor oder die Siegessäule, was auch immer, sondern auch diese Graffiti-bemalte Mauer oder so, die es in der Stadt dann noch zu sehen gibt und so. Die ist sehr cool, tatsächlich, wo dann auch diese Swamps von der Seite runterspringen und so. Das ist schon cool, das hat mir auch gefallen und das ist auch typisch Berlin, finde ich. Also ich finde, klar, die Sehenswürdigkeiten, die jeder kennt, das Brandenburger Tor, das ist schon für Leute, die nicht in Berlin gewohnt haben, ist es schon so typisch Berlin, aber so diese Mauern mit dem Graffiti an der Wand, das ist für mich noch mehr so diese Art, also diese Kunst, die halt in Berlin so vorlebt. Deswegen fand ich das cool, dass sie das auch in der Form ins Spiel gebracht haben. Natürlich dann auch mit besonderen Nintendo-Graffitis. Ja, ja klar. Aber das macht es noch sympathischer, finde ich. Ich finde aber auch trotzdem cool, dass einfach auch so viele Regierungsgebäude dabei sind und so weiter. Nee, ich finde es cool auf jeden Fall und hat mir sehr gut gefallen. Ich frage mich ja wirklich, ob die Entwickler da wirklich in die Städte gehen, um sich alles anzuschauen, um diese Inspiration reinzuholen natürlich. Ist ja heute eigentlich nicht mehr notwendig, weil mit Google Maps kannst du ja eigentlich überall hingehen und dir das genau anschauen. Ja, klar. Wäre aber natürlich ein schöner Aufwand oder Vorwand, um einen kleinen Betriebsausflug zu machen. Ja, klar. Lass uns nach Sydney fahren, nach Tokio, nach London. Und warum nicht? Das Geld haben sie bestimmt gern. Anscheinend mit Mario Kart haben sie bestimmt genug Geld verdient. Also da wird auch eine Reise nach Berlin und nach London sein. Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zur nächsten Strecke und zwar Pete's Schlossgarten vom Nintendo DS. Und ich muss zugeben, mit der Strecke habe ich eigentlich am wenigsten gerechnet, dass die nochmal zurückkommt. Ja, allerdings war die schon auf dem DS cool und wurde dann ja auch auf der Nintendo Wii, glaube ich, das erste Mal schon geremaked. Also da gab es die dann ja auch. Und dann gab es das halt bei Mario Kart 7 nicht und war aber ganz froh jetzt, dass sie in Mario Kart 8 wieder zurückkamen, weil das ist so eine Strecke, die hat schon was Einzigartiges mit diesem Schlossgarten und die haben sie auch richtig cool überarbeitet. Also die hat ja auch das besondere Feature, dass man die dritte Runde nicht ganz normal fährt, sondern halt rückwärts. Und bei mir war es so, als ich die das erste Mal gefahren bin, die Strecke, da habe ich einen Pilz bekommen. Und ich weiß halt so, am Anfang von der Strecke, da gibt es ja dann irgendwann dieses Blumenfeld, das so ein bisschen aussieht wie so ein Schlüsselloch, wo man so einfach querbeet durchfahren kann und dann hat man eine Riesenkurve sich gespart. Und dafür habe ich mir den Pilz aufgehoben. Ich freue mich schon voll, dass ich einen Vorsprung rausfahren kann. Und dann auf einmal fährt man die Strecke rückwärts und dann konnte ich den Pilz erst recht nicht so einsetzen, wie ich es wollte. Und ja, war dann ein bisschen enttäuscht, aber dann war ich aber auf der anderen Seite so, boah krass, die haben die Strecke ja voll geil überarbeitet, dann fährt man das rückwärts nach. Und dann hat man ja auch diese Flugpassage, wo man da durch diese, also bei Luigi vorbeifliegt und Peach ist ja da auch so als Heckenstatue quasi. Also ich finde, die Strecke macht optisch sehr viel her. Die gefällt mir sehr gut. Ich bin eigentlich komplett deiner Meinung. Also ich war am Anfang auch total verwirrt, auch wenn man die Strecke rückwärts fahren musste. War auch für mich auch ein kleiner Überraschungseffekt, muss ich sagen. Haben sie aber sehr geil gelöst. Also fand ich ziemlich cool. Ja. Absolut. Und die war ja schon vorher, auch ohne diese Strecke, die man rückwärts fährt, eine Strecke, die einfach Spaß gemacht hat zu fahren. Also diese Passage, wo es so breit wird, wo dann die Hunde durchlaufen, wo man quasi so mehr oder weniger in S-Kurven-Style um diese viereckigen Felder rumfährt, wo diese Statuen sind. Das macht einfach Bock, die zu fahren. Ich mag die sehr. Ja. Bin ich deiner Meinung. Dann machen wir weiter passend zu Weihnachten mit der Bergbescherung. Ja. Was sagst du denn dazu? Also ich muss sagen, grafisch hat mich die richtig aus den Socken gehauen. Ja. Also ich fand da wirklich, also mit der Buhu-Talstrecke eins der grafisch schönsten Strecken. Klar, ich hab's jetzt nur einmal gespielt und kann jetzt auch eigentlich jetzt wenig dazu jetzt sagen. Allerdings allein auch vom Design, wo man auf den Schienen fährt und wo man quasi so dem Weihnachtsschlitten nachfährt oder Weihnachtszug, sag ich jetzt mal. Ja, ist ein Weihnachtszug, ne? Ne, also ich finde auch die grafischen Details und auch die Gimmicks, also finde ich ganz cool. Ist ja, hast du ja gesagt, ist ja eine ursprüngliche Strecke von Mario Kartour. Ähm, das hab ich gesagt, bevor wir den Podcast gestartet haben. Ja, ja, genau. Also, damit ihr nicht verwirrt seid. Ähm, finde ich aber tatsächlich, hat für mich jetzt gar nicht mehr so einen Eindruck gemacht, ne? Allein vom Grafischen, etc. Ja, normalerweise verbindet man halt Mario Kartour mit diesen Stadtstrecken und die fällt hier halt so total aus dem Raster, ähnlich wie das jetzt bei der Süßigkeitenstrecke von der zweiten Welle der Fall war. Ja, nur die Süßigkeitenstrecke, die hat halt irgendwie spielerisch so ein bisschen enttäuscht, weil es halt einfach nur irgendwie ne, ne, ein großes O war und ne Null, die man langgefahren ist und dann gab's irgendwie, die war halt ne komplette Antigravitationsstrecke und ich finde, da gab's auch diese sinnlose, man hat diese Geländer und wenn man gegen das Geländer fährt, jeder müsste eigentlich sich dabei denken, okay, dann stoppe ich ab, ich sollte denen ausweichen, diesen Geländern, aber in Mario Kart 8 bedeutet das dann, dass man sogar einen kleinen Turbo bekommt, wenn man da dagegen fährt. Das hat mich immer irritiert und das fand ich blöd. Ähm, aber das ist zum Glück jetzt bei der, ähm, neuen Strecke nicht der Fall. Ich mag die tatsächlich sehr, Mary Mountain heißt die übrigens im Englischen, und sie macht vor allem optisch sehr viel her, ist aber, finde ich, auch spielerisch gar nicht so einfach, also die geht ja los und dann hat man am Anfang schon diese Wegteilung, wo ich bis heute noch nicht rausgefunden hab, ob's denn tatsächlich schneller ist, wenn man diese, die linke Seite nimmt, wo man dann auf die Erhöhung fährt, weil da gibt's ja auch so Boost-Pads und so weiter, oder ob man besser unten bleiben sollte. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man Time-Trail fährt, fahren alle unten lang, aber ich hab's, ich hab's noch nicht nachprobiert, ähm, nachgeschaut, ob das, ob das tatsächlich schneller ist, ähm, und dann kommt man ja, ähm, wenn diese Passage vorbei ist, an diese Stelle, wo man den, den Berg quasi erklimmt, und da sind ein paar engere Kurven mit dabei, die auch gar nicht, also im 200cc-Modus, auch gar nicht so einfach zu nehmen sind, ähm, macht auf jeden Fall Spaß, da hochzubrettern, um dann eben nach so einer kurzen Urkurve, ähm, wieder, mehr, die Hälfte runterzufliegen, also es kommt auf die Runde an, ob man jetzt fliegt, oder ob man einfach nur mit Turbos runterdüst, ähm, aber das macht auf jeden Fall echt viel Spaß, ich habe sie mir in den Trailern ein bisschen komplexer noch vorgestellt, also im Endeffekt ist es ja auch ein großer Kreis, den man da mehr oder weniger nachfällt, mit ein paar Schlenkern drin, ähm, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber, ähm, so vom Spielerischen her, bockt die schon, und optisch macht es halt auch voll Spaß. Genau, weil allein die Straße am Anfang, ne, wie schön die, ähm, bespiegelt ist, ne, also allein vom Licht, äh, auch dieser Feuchtigkeitseffekt, den finde ich ganz cool, ne? Mit dem Dorf da am Anfang, das sieht auch schön aus, wie die Fenster da leuchten und so, ne, das haben sie schon schön gemacht. Das haben sie echt gut gemacht, genau. Ja, dann, ähm, kommen wir mal zur letzten Strecke vom dritten Delicie, und zwar zur Regenbogenboulevardstrecken von Mallard 7. Ja, ähm, eigentlich kann man ja dazu sagen, man hat wenig verändert, also wirklich richtig wenig verändert, es gibt immer noch, ähm, diesen kleinen Mond, nennen die es jetzt mal, ne, wo die ganzen, ähm, ähm, wie heißt die nochmal, diese Kettenhunde, ne, da da rumfliegen und sich dabei drehen und dann hat man die Toads, die da im Astronautenkostüm da von den Raketen äh, einen begrüßen. Ja. Also, man hat wenig verändert, also die Strecke, das Sein ist komplett eins zu eins selber, grafisch, muss ich sagen, sieht sehr geil aus. Ja, ich finde, also, dieses Design, wie sie jetzt diese Regenbogenstrecke umgesetzt haben, weil es ist, früher war es halt einfach nur Regenbogen im Sinne von, man hat halt die verschiedenen gestreiften Farben als, als Strecke. Genau. Und jetzt das hier, das sieht ja fast schon so Aqua-Farben aus, das sieht wirklich cool aus. Ja, das sieht so, das schimmert auch, wenn man so dran vorbeifährt und so. Also, wenn das schon so ein kleiner Indiz ist, wie vielleicht mal irgendwann Mario Kart 9 aussehen wird, dann, ähm, boah, dann bin ich gespannt in der neuen Konsolen-Generation. Mhm. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ähm, das klang jetzt bei dir so ein bisschen enttäuschend, dass sie da, ähm, die Strecke nicht großartig verändert haben. Die, die Rainbow Road von Mario Kart 7 ist ja wahrscheinlich die beliebteste Regenbogen-Boulevard-Strecke überhaupt, würde ich jetzt mal so behaupten, weil sie halt auch so extrem abwechslungsreich ist und das ist ja auch eine Strecke, die, äh, genau, die keine drei Runden hat, sondern eben drei Etappen. Das heißt, jede Strecke, jeder Streckenabschnitt sieht eh ein bisschen anders aus und halt unfassbar abwechslungsreich gestaltet. Also, man hat halt am Anfang, ähm, nach ein paar, nach ein paar Kurven dann diese Passage, wo man auf dem Saturn irgendwie seitlich fährt und dann landet man irgendwann auf dem Mond und fährt dann über den Mond dann in so eine komische zylinderförmige, so Zylinder rein, wo man dann Boost-Pets hat und dann kann man entweder fliegen oder dann über Stanzen springen. Also, insgesamt hat die echt viel zu bieten, die Strecke und macht auch mega viel Spaß. Also, ich, das wäre eigentlich eine sehr gute Strecke gewesen, um so als großes Finale den DLC zu beenden. Ich befürchte aber, dass diese Rolle die Mario Kart Wii, Rainbow Road, einnimmt, weil die vom Spielerischen her nochmal schwieriger ist. Und ich glaube, die Klimax sollte dann die spielerisch schwerste Strecke überhaupt sein in Mario Kart und das ist eben die Rainbow Road von Mario Kart Wii. Aber, so rein vom Spielerischen her, wie viel Bock die Strecke macht, ist, glaube ich, die Rainbow Road von Mario Kart 7 so mit einer der besten Strecken überhaupt. Ja, ich finde es auch cool, dass wir es reingenommen haben, war damals auch mal eine absolute Lieblingsstrecke gewesen bei Mario Kart 7. Ich finde aber, mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, weil ich bin einfach nur happy, dass sie dabei ist. Aber das macht, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ja, deinen Kopf, ne? Nur mit Regenbogen-Boulevard-Strecken, das fällt somit flach, ne? Weil das war ja auch, jetzt muss man sagen, die erste Remake, oder Reboot, oder eigentlich Reboot, Remake, Remastered, Regenbogen-Boulevard-Strecke, ne? Mhm, ja. Also ich glaube, das wird nicht mehr kommen. Dafür haben wir, glaube ich, auch langsam gar nicht mehr genug Rainbow Roads. Gehen uns ja auch irgendwann aus. Ich finde es dann nur so ein bisschen kritisch. Also die coolsten Strecken waren ja auch immer auch die Bowsers Schlösser, ne? Und davon haben wir jetzt auch noch nicht so viele gesehen in dem DLC. Ich hoffe, da tun sie jetzt in den nächsten drei Wellen mindestens zwei nochmal reinbringen. Also vom Gamecube zum Beispiel, oder vom Nintendo DS. Da hätte ich ganz gern die Bowsers Castle wieder zurück, weil das sind so spielerisch mit die coolsten Strecken immer. Und stattdessen bekommen wir halt tausend Stadtstrecken, auf die ich dann dagegen gerne verzichten würde. Aber mal schauen, was uns dann die nächsten Waves noch erwartet. Auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt, was denkst du, wann wird denn der vierte DLC kommen? Im April. Im April, sagst du? Ich glaube, das machen sie jetzt wirklich alle vier Monate. Deswegen, so jetzt im April oder März kommt dann die nächste und dann haben wir wieder so, das nächste Zeitfenster ist dann so Juli, August. und dann eben im Dezember nächsten Jahres kommt dann die sechste und damit auch finale Welle. Okay. Ich bin gerade kurz am Recherchieren, was für Stadtstrecken es in Mario Kart Tour noch so gibt. Ähm, ja, weil mich würde mal kurz interessieren, wegen den ganzen Stadtstrecken, was uns noch erwarten könnte, damit wir den, damit Nintendo den lieben Felix ärgern kann. Ist aber gerade tatsächlich ein bisschen schwierig rauszufinden. Auf jeden Fall gibt es eine Amsterdam-Strecke, habe ich gerade gesehen. Ähm. Die ist sogar noch relativ neu. Ja, auf jeden Fall. Auch eine sehr schicke Strecke, weil da springt man in Boote rein und so. Also die habe ich mir tatsächlich auch schon mal angeschaut. Die hat mir gut gefallen. Die war auch nicht so diese typische, also du mochtest ja die Tokio-Strecke, die fand ich so vom spielerischen Designer mit am langweiligsten, weil die halt wirklich nur aus Fahrdise Straße lang bestand. Äh. Und da ist, ähm, Amsterdam auf jeden Fall ein bisschen abwechslungsreicher. Ja. Dann gibt es noch Los Angeles. Ja, das ist auch ziemlich cool. Also ich finde, hört sich cool an. Ja. Sonst finde ich gerade nichts Neues. Vielleicht haben wir dann ja auch schon alle und dann gibt es nur noch die nächsten, im nächsten DLC zwei neue Stadtstrecken und dann. Und dann sind wir fertig. Nein. Ja, dann kann man die Baus des Castle umsetzen. Da wäre ich sehr dafür. Okay. Die können dann die Stadtstrecken ersetzen. Nee, weil ich, ich finde, die Stadtstrecken, die, also am Anfang war es halt so ganz cool durch eine Stadt zu fahren, aber die, die sind sich halt einfach so vom Prinzip her doch zu ähnlich und passen halt auch nicht so ganz in Mario Kart rein. Also Stadtstrecken vorher, das waren halt so, erinnert dich an Delfino Plaza zum Beispiel. Die, die versprüht doch tausendmal mehr Charme, als wenn du jetzt durch diese London Strecke durchfährst. Wenn man halt da irgendwie diese Mario Connection noch hat, der Delfino Plaza kommt halt aus Super Mario Sunshine und da hat man einfach direkt viel mehr Verbindungen zu. Die könnten ja beispielsweise auch im nächsten Mario Kart diese, diese Welt aus Mario Odyssey als Stadtstrecke machen, also diese, wie hieß es, Donkey irgendwas. Wie hieß dieses Donkey Kong Land? Diese Stadt? Ich weiß, ich weiß, was du meinst, Bergland? New Donk City. Okay. New Donk City. Okay. Das ist die, die coolste Welt eh gewesen in Super Mario Odyssey und sowas, sorry, sorry, Sowas könnte man ja perfekt als Stadtstrecke umsetzen und dann hat man auch diesen Bezug zu einem schon bestehenden Mario Spiel, aber diese anderen Stadtstrecken, die jetzt da drin sind, das sind halt einfach nur Metropolen aus der ganzen Welt, die man, das war halt jetzt so die besondere Idee bei Mario Kart Tour, passt aber für mich nicht so richtig zu Mario Kart. Das ist irgendwie so, das sticht so raus, wie, auch wenn ich damit selber immer fahre, wie diese Mercedes-Benz-Autos in Mario Kart, die passen da auch nicht rein. Aber ich, in dem Fall ist es bei mir eine Ausnahme, weil ich finde, eins davon fahre ich extrem gerne, eins von diesen Autos, aber die passen halt auch nicht rein. Das stört mich so ein bisschen, das ist so ein Dorn im Auge. Es gab nur eine Vancouver-Strecke. Hatte ich dann auch Schnee? Müsste doch, oder? Das weiß ich nicht mehr, ne. Okay. Aber ich finde sonst nichts weiteres mehr. Also ich glaube, vielleicht habe ich jetzt eine übersehen, dann sagen wir mal, es sind noch vier Stadtstrecken, ne? Im schlimmsten Falle. Vielleicht kamen noch welche dazu. Ja, Mario Kart Tour wird ja auch immer noch fleißig mit neuem Content gesegnet, deswegen zwei weitere Stadtstrecken im Jahr 2023 ist jetzt nicht ausgeschlossen. Können wir uns überlegen, wo es noch hingeht. Wo sollten sie noch hingehen? Was wäre die liebste Stadt, die du dir wünschen würdest? Moskau! Leid Spaß! Bangkok. Schwierig, das kann ich dir gerade nicht sagen. Oder Kapstadt in Südafrika, das wäre auch cool. Ja, um halt jeden mit reinzunehmen. Wo ist diese große Jesus-Statue in Brasilien? Sao Paulo ist es, oder? Ja. Ja, das finde ich auch cool. Ja, sorry, ich bin gerade noch nebenbei am Schauen. Ich habe tatsächlich eine Liste gefunden. Also wir haben Tokio, London, Amsterdam, Los Angeles, New York, Paris, Berlin, Sydney, Vancouver und was wir vergessen haben ist Singapur. Oh. Singapur, okay. Also, dann erwarten uns noch Dubai. Die wäre cool, glaube ich. Die wäre cool, so rein optisch. Ja. Also, dann sind wir noch, warte mal, Manko, was fehlt noch? Singapur fehlt und was fehlt noch? Amsterdam. Amsterdam. Dann haben wir schon mal drei. Drei. Ja, und dann halt, gut, dann bräuchten wir noch drei weitere im Jahr 2023. Das ist realistisch. Oder keine, dann kriegen wir mehr von den anderen Strecken. Genau. Mein Vorschlag wäre ja, ersetzt die Stadtstrecken dann, die fehlen noch mit Bowsers Castle, aber ich glaube, das wird ein Traum bleiben. Guti, dann war es uns mit unserem Podcast Ausgabe Nummer 209. Schön, dass wir uns heute wieder gehört haben. Ja, und danke auch an dich, Dennis, dass du durchgehalten hast, weil man hört es ja in deiner Stimme. Du hattest zwar schon Krankheiten Anfang des Monats, aber dich hat es ja wieder erwischt, ne? Und jetzt hast du Corona sogar. Ja, klar, ja. Genau, also. Volle Programm macht er gerade durch. Ich hoffe, ihr habt eine Maske auf. Nein. Nee, also, alles gut. Wir hören uns, also nächste Woche, Sonntag, ist das Retro-Them wieder da. Diesmal mit einem Retro-Selda-Thema. Ich darf nur nicht genau sagen, welcher Zelda-Teil es ist, aber es wird bestimmt richtig geil, wie immer. Ja, genau. Und wir hören uns dann wieder zwischen den Jahren, oder? Ja, also, wir werden mal gucken. Wir werden unsere nächste Ausgabe vielleicht nicht direkt ab 25. bringen, weil da sind wir, denke ich mal, alle, ja, am Essen und so weiter. Abgelenkt ein bisschen. Ein bisschen abgelenkt. Deswegen gucken wir mal, dass wir vielleicht zwischen den Jahren auf jeden Fall noch eine Ausgabe herausbringen. Machen wir einen schönen Jahresrückblick. Genau, den machen wir jedes Jahr mittlerweile, unseren obligatorischen Jahresrückblick. Oh ja. Und der sieht vielleicht dieses Jahr ein bisschen übler aus als die letzten Jahre. Und das sagen wir jedes Jahr. Der sieht richtig übel aus und dann wird es noch schlimmer. Ja, aber ganz ehrlich, wir hatten ja so hohe Erwartungen an 2022, was, also generell waren, es ist auch so, ja. Das ganze Jahr war ein bisschen underwhelming, wenn man ehrlich ist. Ja. So, ich meine jetzt von den makroökonomischen Faktoren, privat war es eigentlich bei mir ganz cool, aber so alles, was drumherum ist, hat eigentlich versucht, dir das Leben schlecht zu machen. Aber, ähm, auch Nintendo-technisch hatten wir eigentlich gedacht, es wird das absolute Killerjahr. Und wenn du jetzt zurückblickst, so viel Zeug gab's halt auch nicht und was halt fehlt, ist Zelda. Wir sind halt davon ausgegangen, Zelda kommt 2022 raus und es wird mega. Ja. Und dass sie das jetzt nochmal verschoben haben, ich glaub, das merkt man halt jetzt auch so im Weihnachtsgeschäft. Stell dir mal vor, wir könnten jetzt alle Zelda, ähm, spielen, das macht schon nochmal einen Unterschied aus, wie man auf ein Jahr zurückblickt. Auf jeden Fall, ne? Und jetzt kriegen wir halt Zelda im Mai, was auch ziemlich nice ist auf jeden Fall, aber mir geht auf jeden Fall ein Rückblicks-Podcast drauf ein, denn es gab einige Spiele, mit denen ich von Nintendo dieses Jahr überhaupt nicht verhaben wurde. Hm? Ja, machen wir gern. Goodie, dann war's das mit der heutigen Ausgabe, dann hören wir uns bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao. Musique ... ... Untertitelung des ZDF, 2020